Ja, servus Leute. Der Rudi hat mich auf einen Aufruf hingewiesen, der von Terra X vom ZDF online gestellt wurde. Dort fordert der Professor Lesch die Zuschauer auf, doch Fragen zur E-Mobilität zu stellen. Und ich dachte mir, da ich absolut kein Fan von Terra X bin, absolut kein Fan vom Professor Lesch bin, weil da ganz viel Unsinn und Unwahrheiten unter anderem über die Elektromobilität verbreitet wurden, beziehungsweise vermutlich in der Zukunft auch weiterhin verbreitet werden. Also habe ich mir gedacht, als kritischer Zuschauer schicke ich doch auch mal eine kritische Frage dorthin. Zunächst zeige ich euch aber mal den Aufruf. Hier haben wir den Aufruf. Wahrscheinlich wird das Video dann auch geklemmt, weil ich den zeige. Ich mache es aber trotzdem. Wir drehen demnächst ein Video über Elektromobilität. Jawohl, ich habe nämlich meine Meinung geändert. Also wenn ihr Fragen zur E-Mobilität habt, schickt die uns und dann machen wir ein Video, um diese Fragen zu beantworten. Ja, Herr Professor Lesch, dieser Aufforderung komme ich natürlich ganz besonders gerne nach. Hier haben wir dann also meine Mail, die ich formuliert habe. Die E-Mail-Adresse findet man in den Informationen zum YouTube-Kanal von Terra X. Meine Mail wie folgt. Hallo, meine Frage an Herrn Professor Lesch zur Elektromobilität. Warum werden in den Medien, darunter auch im ZDF, hanebüchene Fehlinformationen zur Elektromobilität verbreitet, wie zum Beispiel folgende von Herrn Professor Lesch getätigte Aussage. Eine Million Elektroautos ziehen 350 kW Ladeleistung. Die Quelle habe ich dann hier noch angegeben und da zeige ich euch gerade mal, was der Herr Professor Lesch da im Jahr 2019 gesagt hat. Also jedes Auto zieht 350 kW, eine Million, das macht zusammen 350 Gigabyte, die dann aber bereitgestellt werden müssen. Ich will das nur mal sagen, damit man sich mal vorstellt, worum es hier eigentlich geht. Ja und diese Aussage wurde ähnlich von der AfD wiederholt und da zeige ich euch gerade mal, wie ich darauf geantwortet habe damals. Wir hören mal weiter rein. Klingt gut, aber die Sache hat einen Haken. Wenn nur knapp 2% der Elektroautobesitzer des Jahres 2038... Ja, also das sind dann ungefähr eine Million. Also es kommt gleich, es kommt... Also rund eine Million Autofahrer, ihre Fahrzeuge nach der Arbeit zur gleichen Zeit aufladen wollen, wird es haarig. Es kann nur der Blackout sein. Dann wird nämlich zusätzlich zum normalen Strombedarf von etwa 70 Gigawatt noch einmal eine Leistung von 400 Gigawatt benötigt. Was sagen wir denn dazu? Wie soll man denn auf so eine... Kann man Dummheit sagen? Ist das eine Beleidigung oder ist das eine Analyse des Vorgetragenen? Denn es werden niemals, niemals eine Million Elektroautos gleichzeitig an Schnellladesäulen an Schnellstraßen, weil dort kann ich mir höchstens vorstellen, dass es Sinn macht, 400 kW Ladesäulen hinzustellen. Es werden niemals eine Million Elektroautos gleichzeitig mit so einer unvorstellbaren Leistung laden, sondern der größte Teil wird auch nicht gleichzeitig eher mit 3,6, mit 5, mit 6, mit 7, vielleicht mit 11 kW laden und der allergrößte Teil sowieso zu Hause. Diese Aussage hier ist total lächerlich. Wir schauen uns jetzt auch nochmal an, dass die wirklich davon ausgehen, das sieht man auch, dass sie keine Ahnung von Elektromobilität haben, dass sie davon ausgehen, dass insgesamt 400 Milliarden Watt gleichzeitig aus dem Netz angefordert werden. Ich habe auch mal die Einheiten von hier rausgesucht. Ein Gigawatt entspricht einer Milliarde Watt. Also mit anderen Worten, das ist eine unvorstellbare Energie und dass man die nicht im Netz als Spitze vorhalten kann, ist doch vollkommen klar. Aber was wir jetzt nochmal machen, wir schauen jetzt gerade mal nach, wie viele Tankstellen gibt es denn in Deutschland. Da schauen wir jetzt mal. Tankstellen, Deutschland. 2019, Anzahl. So, da sind wir bei Statistika. Ich gehe mal davon aus, dass die vernünftige Zahlen haben. Also es gibt 14.459 in Deutschland. 2019 wohlgemerkt ist der Stand. Und jetzt rechnen wir mal aus, wie viele Säulen es insgesamt gibt. Also wir sagen mal, jede Tankstelle hat 6 Zapfsäulen. Ich glaube, das ist realistisch. Gut, dann brauche ich nicht in den Rechner zu nehmen, sind wir bei 90.000 Zapfsäulen rund. So, wenn jetzt eine Million Verbrenner gleichzeitig an die Tankstelle fahren, dann haben sie nur 90.000 Tanksäulen zur Verfügung, um eine Million PKWs vollzuladen. Dass da ein Logikfehler ist in diesem Video. Das sollte sich auch jedem AfD-Wähler und Sympathisanten erschließen. Denn wenn man mit 400 kW ein Elektroauto lädt, dann ist dieses Auto in 5 Minuten knallevoll. Dann braucht das nicht länger an der Ladesäule zu stehen, wie es an der normalen Säule, äh, Tanksäule an der Tankstelle steht. Ich will jetzt mehr von diesem Video gar nicht zeigen. Ich verlinke das hier oben auch mal in der Ecke. Könnt ihr euch selbst nochmal in der Gänse anschauen, weil es ist eh jedem klar, der einen Taschenrechner bedienen kann, dass diese Rechnung vom Herrn Professor Lesch und auch von der AfD überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Da auch nur mal als Information für euch, es gibt im Moment nach meinem Kenntnisstand kein Elektroauto in Deutschland zu kaufen, dass die Ladeleistung von 350 kW, geschweige denn 400 kW, auch nur ansatzweise in der Spitze schafft. Es kommt außerdem dazu, dass diese Spitzenleistungen, die von Elektroautos beim Laden an HPCs tatsächlich, ja, geleistet werden können, nur für einen eher beschränkten Zeitraum anstehen und dann die Kurve fällt. Denn umso voller ein Akku ist, umso niedriger ist dann auch die entsprechende Ladeleistung. Das heißt also, diese eine Million gleichzeitig mit 350 oder 400 kW ladenden Elektroautos müssten auch alle gleichzeitig mit einem niedrigen Akkustand am HPC angeschlossen werden. Nein, ich beruhige mich jetzt wieder, weil ich möchte ja eine sachlich formulierte Frage stellen. Ich weiß, sie ist nicht zu 100% sachlich, weil ein bisschen stichle ich auch in dieser Formulierung, die ich da jetzt an den Herrn Lesch geschickt habe. Aber ich stehe dazu. Ich finde die Verbreitung von solchen hanebüchenen Fehlinformationen, ich bleibe auch bei der Formulierung, die ist einfach im höchsten Maße kritisierenswert. Mit anderen Worten, diese Aussage vom Herrn Professor Lesch im Jahr 2019 war hanebüchener Unsinn. Und ich bin mal gespannt, ob Terra X oder der Herr Professor Lesch ja so viel Arsch in der Hose haben, um auf diese Frage zu antworten. Ich glaube aber nicht, denn dabei handelt es sich ja nicht mal um Fachkenntnisse über Elektromobilität, sondern dabei handelt es sich um eine ganz normale Rechenaufgabe, die jeder Grundschüler bewältigen kann. Und deshalb bin ich bis heute entsetzt, dass solche Aussagen in einer Wissenschaftssendung wie Terra X überhaupt veröffentlicht werden konnten und das auch noch in öffentlich-rechtlich von uns finanzierten Sendeanstalten. Ich könnte mich jetzt schon wieder aufregen, will mich aber auch nicht in Rage reden. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, ob da irgendeine Reaktion vom Herrn Professor Lesch oder von der Redaktion von Terra X tatsächlich kommt. Ihr könnt ja nochmal schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das für eine gute Idee haltet, eine Frage zu stellen, ob ihr glaubt, ich kriege eine Antwort darauf. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ansonsten soll es das für dieses kurze Aufreger-Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und ein Abo ist ja wohl obligatorisch und verpasst ihr das nächste Video. Das war's. Bis zum nächsten Mal.